Die AK Extract Brew besteht aus nur drei Teilen. Das Herzstück ist der patentierte Doppelfilter aus Edelstahl mit einem feinen Sieb innen. Dazu ein Porzellandeckel, der am Sieb festhält, damit er nicht in die Kanne fällt. Der Knauf ist verkromt. Der Krug ist aus hitzebeständigem Glas. Das ist schon alles.